So, Matthias hat schön den Tisch gedeckt. Wir können gleich loslegen. Alles schön gemacht. Fleisch geschnitten, Gürkchen. Die Salate hat Matthias und seine Mama, die Dagmar, gemacht. Sieht super lecker aus. Kartoffelsalat und Nudelsalat habe ich schon probiert. Ah, und der Matthias bringt ein paar Schnittchen. Matthias, wie lange warst du denn in der Küche gestanden? Ich war nicht klein in der Küche gestanden. Ein ganz Dach. Zeit bei mir. Nein, gar nicht. Das stimmt nicht. Unser Herr Gabalier hat extra die Friseur heute für Silvester passend gemacht. Heute Abend gibt es Fonu und Rocklet. Und Rocklet? Und Rocklet mit Spießchen. Und Salatchen. Und argentinisches Steak. Und Pilzchen. Und unser Rudi sagt bis immer noch nicht, ein frohes neues Jahr. Prost der Jahr. Prost der Jahr.